Martina Bich will die größten Brüste der Welt. Dafür plant sie eine riskante Operation. Je größer, desto besser. Das findet zumindest Martina Bich. Die 30-Jährige hat mit 8,3 Kilo Silikon pro Seite schon die größten Brüste Europas, Körbchengröße 70 ist. Das ist ihr nicht genug. Jetzt plant Martina den nächsten Eingriff. Sie will sich 20 Liter Silikonkissen einpflanzen zu lassen, um es ins Guinness Buch der Rekorde zu schaffen. Doch kein Arzt will die Operation durchführen. Ich habe alte Bilder von ihnen gesehen und sie sind ja eigentlich eine zierliche Frau. Rein technisch gesehen, würde so eine große Brust oder ein Implantat gar nicht reinpassen, urteilte Schönheitschirurg Morett Dac Dylan gegenüber RTL. Stattdessen sollen die bereits vorhandenen Kissen aufgefüllt werden, sodass sie zumindest die 10 Liter Marke pro Brust knackt. Martina Bich arbeitete ursprünglich als Stewardess. Doch 2012 schlug sie eine andere Richtung ein. Für 60.000 Euro ließ sich Martina die größten Brüste Europas operieren. Anschließend nahm sie ein Präparat gegen Pigmentstörungen ein, und wurde dunkelhäutig. Seitdem wird Martina die Afrikanerin aus der Eifel genannt. Jetzt bleibt hinter den Eifel genannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017